Ein Baum, von dem sich alle Teile medizinisch nutzen lassen, ist äußerst selten. Doch vom Moringa-Baum, auch Moringa, Oleifera oder Meerrettichbaum genannt, kann man von der Wurzel bis zu den Blättern alles verwenden. Sämtliche Pflanzenteile entfalten im Körper eine heilsame Wirkung. Die seit Jahrtausenden nicht nur in Indien und Afrika als Wunderbaum bekannte Heilpflanze ist außerdem ein Ausnahmetalent in Sachen Wachstum. Der Moringa-Baum kann in einem Jahr bis zu 8 Meter zulegen. Moringa-Oleifera gilt als eines der herausragendsten Lebensmittel der letzten Jahre. Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, stecken in der urtümlich anmutenden Pflanze aus Nordindien wahre Unmengen an lebensnotwendigen Vitaminen und Mikronährstoffen, sodass bereits eine Messerspitze des kostbaren Moringa-Pulvers ausreicht, um den Tagesbedarf an Mineralstoffen wie Calcium oder Eisen zu decken. Selbstverständlich ist auch der Moringa-Tee eine echte, flüssige Nährstoffbombe, welche Körper und Geist gerade in der kalten Jahreszeit gut tut. Auch wenn der Tee oftmals zur gezielten Therapie von leichteren Körperbeschwerden verordnet wird, so stellt er doch auch für eigentlich gesunde Menschen eine wohlschmeckende Möglichkeit dar, den Körpervorrat an Vitalstoffen aufzufrischen. Das Heimnis hinter dem wahren Boom auf den Moringa-Tee liegt nicht wirklich im Geschmack, sondern vielmehr in den positiven gesundheitlichen Auswirkungen, die man sich durch das regelmäßige Schlürfen des Tees verspricht. Ganze sechs unterschiedliche Vitamine nimmt man mit jedem Schluck zu sich. Besonders hochdosiert ist dabei das Vitamin A, welches für die Stärkung des Immunsystems sowie zur Erhaltung der Sehkraft beiträgt. Und das ist im Moringa-Baum enthalten Kalzium, Magnesium, Kalium, Eisen, Phosphor und Zink. Vermutlich ist die große Menge dieser Substanzen die Ursache dafür, dass Tee und Pulver aus dem Moringa-Baum dem Gaumen nicht gerade schmeicheln, sondern eher bitter und scharf schmecken. Doch genau diese Bitter- und Scharfstoffe sind dafür verantwortlich, dass Moringa sich so gut zum Abnehmen eignet. Die Substanzen sind nämlich dafür bekannt, überschüssiges Körperfett zu schmelzen. Sie regen die Verdauung an, bremsen den Appetit und machen schneller satt. Moringa-Pulver, Moringa-Tee oder auch Moringa-Kapseln können deshalb unterstützend absolut jede Diät bereichern. Übrigens eignet sich Moringa außerdem, um nach einer Diät schlank zu bleiben, also dem Jojo-Effekt zu entgehen. Moringa ist aber auch für Vegetarier und Veganer geeignet. Zusätzlich liefert Moringa jede Menge hochwertiges pflanzliches Eiweiß und zwar rund doppelt so viel wie zum Beispiel Soja. Auch das ist nicht nur wichtig beim Abnehmen, denn das Pflanzeneiweiß sättigt anhaltend und sorgt dafür, dass beim Abnehmen nicht die Muskeln leiden. Der hohe Gehalt vom Eiweiß im Moringa ist zudem interessant für alle, die auf Fleisch verzichten. Vegetarier und Veganer profitieren deshalb von Moringa als Fleischersatz. Zusätzlich enthält Moringa Öl, Samen, Pulver und deren Wurzeln zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe, darunter Calcium, Jod, Zink, Vitamin D, Vitamin B2 sowie Vitamin B12. Diese Mineralstoffe und Vitamine kommen bei rein pflanzlicher, fleischloser Kost manchmal zu kurz. Auch im Hinblick darauf ist Moringa für Veganer und Vegetarier mehr als sinnvoll.